Und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chris, das ist Chrisplay und ich hab wieder ein neues Infovideo vor euch, denn heute Abend startet 18 Uhr live auf YouTube ein neues Event bzw. ein Community-Event. Ihr könnt dabei sein, wir spielen nämlich Survival of the Fittest und genau, wir gehen auf einen öffentlichen Server, den Server erfahrt ihr hier in dem Video, den schreibe ich in die Kommentare und dann könnt ihr dabei sein, ihr joint einfach, wir werden auch da sein und dann fetzen wir uns, was das Zeug hält und der Beste soll überleben, wird überleben, wie auch immer. Also heute Abend 18 Uhr hier auf YouTube, Livestream, seid dabei, zockt mit, bis dahin, macht's gut, ciao!